Sind wir in die Waffenkammer geraten? Okay, das haben wir schon. Pure Zeitverschwendung. Damit würde ich nicht mal einen Kratzer verursachen. Das wollen wir auch nicht. Ich wollte einfach gegen klopfen. Ein bisschen... Ein Knüppel. Okay, wir brauchen hier noch irgendwas, wo wir unter Fliegen fangen können. Nein, ich bekomme ihn nicht einmal umgeschubst. Tja... Okay... Der Mechanismus wird uns wahrscheinlich... Der Siebelpunkt gleich spawnen. Okay, wir haben einen Bogen. Wir haben ein Messer. Wir bewaffnen uns hier richtig. Eine Rüstung. Die haben wir jetzt aber nicht mitgenommen. Oh, schade. Aha, das ist doch bestimmt, dass wir den drei Rüstungen jetzt tun, den wir rütteln müssen. Ja, hier in diesem Raum gibt es natürlich erstmal eine weitere Referenz auf das Labyrinth. Ein Rätsel, das Marco gemacht hat. Ja, möchtest du was zu erzählen? Nee. Ich finde das ziemlich genial implementiert. Aber ja, wir wollen natürlich auch nichts verraten. Da müsst ihr schon selber dahinter kommen. Ach was, du spawnerst nichts. Punkt, du spawnerst nichts. Das ist ja Wahnsinn. Was ich cool finde, ist, dass wir hier eine weitere Gelegenheit hatten, um unseren schrägsten Sprecher aus unserem Sprechkader zu installieren. Und zwar den Mike Nikitin, der hier den Koch der Aski gesprochen hat. Und der sich hier in diesem Screen versteckt. Und Mike hat unter anderem Drogelbecher gesprochen. Er ist der Drogelbecher-Sprecher. Drogelbecher? Der hat so ein schräges Organ, der Typ. Und in diesem Fall spricht er den Koch. Und wenn mich nicht alles täuscht, singt er ihn von Zeit zu Zeit auch. Ein bisschen erinnert es an seine Rolle von Memphis, dem Charakter aus Harvey's Neue Augen. Der sich halt auch in einem Screen versteckt und auch singen darf. Ja, mit Mike müsste man eigentlich viel häufiger arbeiten. Das ist ein schräger Typ. Ich mag den Mike. Auf jeden Fall, genau. Ich erinnere mich jetzt auch gerade, was du meintest. Ich wusste gerade gar nicht so genau, was du meintest mit dem Labyrinth. Ah, natürlich. Ja, doch, 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 doch. Also es gibt da eine Stelle, die wird man auch nicht sofort finden. Sie ist auch nur in diesem 2D-Raum eigentlich möglich. Wäre es 3D, würde es nicht richtig funktionieren. Man könnte es mit Labyrinth vergleichen. Bei Indiana Jones 3 gibt es auch so eine leichte Variante, wo sowas drin ist, was eigentlich nur im 2D-Dimensionalen Raum funktioniert. Ähm, wer es findet, wird es vielleicht ganz nett finden. Ich finde es total furchtbar. Aha. Jetzt müssen wir mal danach suchen. Machen wir mal die Tür zu. Sie sind fort. Fast wäre mir schon wieder die Luft ausgegangen. Aber egal. Diese Trottel werden mich nie finden. Niemals. Ich bin so pfiffig. Dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup. Ähm. Der Koch ist ein pfiffiger Ecke. Keiner findet sein Versteck. Sie suchen in der finstersten Ecke. Ähm. Sie suchen in der finstersten Ecke. Ähm. Wie? Oh. Oh. Drücklbicher. Ähm. So schnell bekommt den da keiner raus. Okay. Hey, Duda. Hey, Duda in der Rüstung. Hallo. Ich hab dich gefunden. Mann, jetzt tu nicht so. Ich weiß, dass du da drin bist. Bin ich aber nicht. Ich kann dich sehen. Vielleicht leidest du unter Halluzinationen? Bist du denn wenigstens eine Halluzination, die Fragen beantwortet? Mal sehen. Wer bist du? Ich bin niemand. Nur ein Hirngespinst. Und warum solltest du dich dann verstecken? Ich versteck mich nicht. Ich bin gar nicht da. Ach, wenn das so ist, kann ich dein Versteck ja überall rum erzählen. Was? Nein. Hm. Wie wir gerade eben erfahren haben, der Sprecher, derselbe Sprecher, der Drücklbicher gesprungen hat. Hurra. Was machst du da drin? Hier drin? Hier, hier drin ist niemand. Beschwinde einfach. Drücklbicher. Warum sollte ich dich nicht verraten? Weil du ein anständiger Mensch bist und kein Verlobner Aski. Wenn du gar nicht da bist, wäre das Versteck doch entsprechend leer. Ja. Ja, aber... Dann kann ich es doch auch genauso gut rum erzählen. Was? Wem? W-w-w-w willst du was erzählen? Na wem wohl? Ich werde es dem lispelnden Wächter erzählen. Ha! Das schockt mich gar nicht. Du kennst ja nicht mal seinen Namen. Ähm... Wie hieß denn da nochmal? Er heißt Bobby. Ach, ach ja? Und was willst du ihm dann sagen? Ich werde sagen, ich weiß, wo der Koch ist. Haha, dann mach doch. Ich weiß, dass du nur blöfst. Warum sollte ich dich nicht verraten? Weil du ein anständiger Mensch bist und kein Verlobner Aski. Wenn du gar nicht da bist, wäre das Versteck doch entsprechend leer. Ja... Ja, aber... Dann kann ich es doch auch genauso gut rum erzählen. Was? Wem? W-w-w-w willst du was erzählen? Na wem wohl? Ähm... Ich werde es eurem Boss erzählen. Ha! Das schockt mich gar nicht. Du kennst ja nicht mal seinen Namen. Das war doch, glaube ich... Er heißt Lacour. Ach, ach ja? Und was willst du ihm dann sagen? Ich werde sagen, ich weiß, wo Gorni ist. Haha, dann mach doch. Ich weiß, dass du nur blöfst. Aha, das waren gleich die falschen Umfragen. Weil du ein anständiger Mensch bist und kein Verlobner Aski. Wenn du gar nicht da bist, wäre das Versteck doch entsprechend leer. Ja... Ja, aber... Dann kann ich es doch auch genauso gut rum erzählen. Was? Wem? W-w-w-w willst du was erzählen? Na wem wohl? Ich werde es dem König erzählen. Ha! Das schockt mich gar nicht. Du kennst ja nicht mal seinen Namen. Ein weiteres tolles Rätsel. Er heißt Loco. Ach, ach ja? Und was willst du ihm dann sagen? Ich werde sagen, du weißt, wo der König ist. Haha, dann mach. Ich weiß, dass du nur blöd... Ähm... Puh. Warum sollte ich dich nicht verraten? Weil du ein anständiger Mensch bist und kein Verlobner Aski? Wenn du gar nicht da bist, wäre das Versteck doch entsprechend leer. Ja... Ja, aber... Dann kann ich es doch auch genauso gut rum... Was? Na wem wohl... Okay, wir werden uns dem Boss erzählen. Ich werde es eurem Boss erzählen. Ha! Du kennst ja nicht mal seinen Namen. Der heißt... Er heißt Loco. Ach... Ach ja? Und was willst du ihm dann sagen? Ist der Koch? Das ist... Ich werde sagen, ich weiß, wo der Koch ist. Nein! Du bist du nicht, bitte! Ich flehe dich an! Loco wird mich umbringen! Also nochmal... Warum versteckst du dich vor Loco? Na, warum wohl? Ich habe sein Lieblingsessen für uns. Wie die letzten drei Köche. Aber ich will nicht so enden wie sie. Bitte verrat mich nicht! Was ist denn das Lieblingsessen? Chebel-Suppe! Igitt! Die hat Opa auch immer gemacht. Hey! Es handelt sich um ein traditionelles Gericht der Aski. Eine wahre Delikatesse! Naja, die Schimmelsuppe war immerhin besser als ein Warzen-Eintopf. Es ist auch nicht so einfach, eine gute Schimmelsuppe zu machen. Das Rezept ist ein uraltes Geheimnis. Nur die allerbesten Köche können sie richtig zubereiten. Aber du kennst das Rezept. In den Grundzügen schon. Aber so gut auch wieder nicht. Sie ist mir noch nie gelungen. Und jetzt will mir Loco die Haut umkrempeln. Oh je, oh je. Kannst du mir das Rezept verraten? Niemals! Es ist geheim! Wenn du es mir nicht sagst, verrate ich dein Versteck. Das wirst du nicht tun! Ach ja? Und warum nicht? Du bist ein argloser Mensch und... Ja! Du bist ein Held! Helden tun so etwas nicht! Hallo! Loco! Ha! Das schockt mich gar nicht! Du wirst nur! Ich weiß, wo der Koch ist! Tränke ich nicht an! Das beeindruckt mich überhaupt nicht! Na sicher! Lass es bitte einfach bleiben, okay? Hier oben! In der Waffenkammer! Okay! Okay! Du hast hier gewonnen! Ich verrate dir ja das Rezept! Sei bitte endlich leise! Haha! Jetzt bin ich aber gespannt! Also! Du brauchst etwas aus der Luft! Etwas aus der Erde! Etwas aus dem Wasser! Und etwas von dir selbst! Was? Na hör doch zu! Etwas aus der Luft! Aus der Erde! Aus dem Wasser! Und etwas von dir selbst! Moment mal! Das ist doch kein Rezept! Das ist bestenfalls ein Merkspruch um sich drei von den vier Elementen zu merken! Er weiß ich auch nicht! Und jetzt lass mich ihn kriegen! Luft! Erde! Wasser! Feuer fehlt noch! Um mich selbst! Bis später! Bitte bleib mir vom Leib! Und vergiss nicht! Du hast mich nie! Okay! Gehen wir also! Und suchen was aus der Luft! Aus der Erde! Und aus dem Wasser! Und schneiden uns eine Hand ab! Ähm! Ja! Ja! Wir haben ein Messer! Können wir das vielleicht schärfen? Das könnte doch was bringen! Ja! Das ist dringend nötig! Ah! Funken im Auge! Funken im Auge! Verdammt! So jetzt können wir doch bestimmt das Halterseil durchschneiden und wir lassen einfach die restlichen Rätsel und hauen einfach ab! Endlich ist der Weg in die Höhle des Löwen wieder frei! Wir ignorieren jetzt alles das Rezept und so und hauen einfach ab! Die ganzen Rätsel! Wir hauen einfach ab! Fahrzeug wir haben noch nicht! Weißt du noch? Am Anfang sollte es ein riesen Hangar sein! Ja! Stimmt! Ein Hangar! Genau! Wir wollten nämlich eigentlich einen riesen Angriff auf das Schloss machen! Genau! Die Askel einen riesigen Ansturm! Warum ist das eigentlich weggekommen? Weil ich Alarmglocken geschlagen habe! Ähm! Bitte lasst mich nicht nochmal eine Million kleine Männchen dahin animieren! Und so weiter! Aber wir sehen ein paar Flugdrachen oben! Ja! Wenn wir nach oben gucken, dann sieht das zwar aus wie Mücken! Aber es sollen gefährliche! Was sind die Flugdrachen? Flugdrachen? Wie hieß die denn? Vielleicht haben wir dir nicht auch Namen gegeben? Ähm! Den Flugdrachen der Askel? Hm! Äh! Äh! Okay! Wir müssen wieder mal eine Packung Erdnüsse in die Runde werfen! Wer das weiß, der kann uns gerne! Also wir sind wie gesagt beide nicht mehr die Lügsten! Ähm! Gehirnmasse baut ja auch mit dem Alter ab! Äh! Ähm! So ist uns auch der Name der Flugdrachen entfallen! Ich weiß nicht, ob der im Spiel jemals genannt wird! Ich meine wir hatten einen Namen! Wir hatten einen ganz tollen Namen, aber vielleicht haben wir ihn nicht genannt! Vielleicht haben wir ihn nicht genannt! Vielleicht gibt es einen Mouse-Over-Text nachher im vierten Kapitel! Aber ich bin mir sicher! Äh! Das ist auch eigentlich äh! Bei den Texten die vorkamen so richtig! Vielleicht kann man den Texten drucken! Ach ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Ja! Aber trotzdem natürlich ein irrer Raum hier! Äh! Die ganze Action mit dem Horn! Da wo es halt reingeht! Äh! 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 Groß, äh! Kommando! Zentrale sozusagen! Äh! Das sieht schon wieder aus! Das ist äh! Auch schon nicht genau reingehen! Mehr hat aber auch sehr gut gefallen! Ich mochte den eigentlich auch ganz gerne! Was mir hier wieder auffällt ist, dass wir den möglichen Wiedersacher eigentlich viel zu spät eingeführt haben! Das ist so ein bisschen schade eigentlich! Irgendwie! Ich finde es immer ganz schön, wenn direkt am Anfang gezeigt wird! Ja! Okay! Das ist der... Ich erinnere mich auch, dass wir halt nachträglich erst halt Bobbys Verschwinden auf Luko geschoben haben! Richtig! Auf die Aski! Genau! Da haben wir wenigstens noch ein bisschen das Kreische der Flugdrachen, äh! Äh! Haben wir halt irgendwie noch reingebaut, so bevor Bobby entführt wird sozusagen! Und seine Angst ist natürlich halt auch so vor Shadowing mäßig! Ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass wir das so ein bisschen rausgezögert haben! Weil, äh! Man hört von... Probier mal der Richter! Das ist aber noch so ganz klein! Das ist herzweit und läuft aber nur und ist halt noch unwichtig! Er hört von diesen großen Ereignissen und kriegt aber nur die Effekte zu spüren! Und das ist halt nie so richtig zu sehen! Geh mal drauf an! Irgendwie will man den Insubrator erst in Episode 6 sein! Und dann will man schon wie eine Widersacher auch direkt spüren! Genau! Und man könnte ihn natürlich auch nachträglich in der Special Edition halt schon direkt am Anfang zeigen! Wenn ihr den Spot spielt! Genau! Wir machen doch jetzt ein Special Edition! Vielleicht ist er der Erbauer eigentlich von Spot! Weißt du, äh, was weiß ich... Genau! Wenn er der Erbauer von Spot wäre! Das ist ja die Special Edition schon mal gespielt! Man könnte halt auch so ein riesiges, äh, Zottel Alien halt irgendwie reinbringen! Das halt irgendwie so ein bisschen mehr Comedy reinbringen! Ja, Mist! Super heftig! Genau! Mist! Genau! Setwick super heftig! Dann wäre es auch viel lustiger! Einige finden ja die Story um Miss Blood World viel zu traurig! Dann wäre es auch was für das junge Publikum zum Beispiel, ne? Das wäre voll cool! Und, äh, mehr Lichtschwerder! Und einfach Star Wars nachmachen! Ich befürchte aber, dass wir so schnell mit... Wir hier nicht rauskommen! Und das Rätsel und so weiter... Das ist... Das... Das mit dem Koch und so... Und mit dem Wasser aus... Aus Luft... Erde und Wasser und so... Das... Das lässt uns hier nicht so leicht gehen! Also... Wir kommen hier nicht raus! Die Tür ist wahrscheinlich fest verschlossen! Also müssen wir wahrscheinlich... Nein! Fest verschlossen! Dachte ich es mir! Dann kommen wir wahrscheinlich um das... Suppe machen nicht herum! Das Lieblingsessen... Zubereiten! Tja! Dachte ich es mir! Wir können zwar hier raus, aber... Es hilft uns jetzt nicht wirklich nennenswert weiter! Also... Was ist das wir jetzt hier den... Stein auf... Schmeiden können! Hier raus kann ich es nicht lösen! Es ist oben festge... Die Knot lösen! Also... Der Stein... Der könnte doch was vom Boden sein... Aus der... Aus der Erde... Könnte doch durch... Der Frosch ist vom Wasser... Der Stein... Okay... Wir nehmen das Seil... Und den Stein mit... Da können wir wahrscheinlich... In das Fenster reingucken... Schauen wir mal was dort passiert... Tja... Wir nehmen jetzt eine Münze... Und ein Seil... Die Tür ist wahrscheinlich auch wieder verschlossen... Nein... Fest verschlossen... Dann schauen wir mal hier mal durchs Fenster hindurch... Oh das macht... Keine Angst... Doch bist du nicht an der Reihe... Heute steht erstmal... Schimmelsuppe auf der Speisekarte... Und... Ah... Verstehe... Verstehe... Wir werden... Ihn mit der Suppe ablenken müssen... Okay... Nein... Der Askelchef würde mich bemerken... Okay... Oh... Oh... Was mache ich hier eigentlich... Wie bin ich da nur reingeraten... Oh... 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 Da weiß ich gar nichts, Mann... Erzähl... Ja... Tatsächlich... Ähm... Aber brauchten die in zwei Varianten... Und die... Äh... Diese zweite Variante habe ich dann einfach selbst zusammengebastelt... Äh... Nein... Das muss noch passieren... Und äh... Da mach ich jetzt halt selber... Haha... Was dann auch tatsächlich gemacht habe... Jaja... Ich äh... War unausstehlich in dieser Zeit... Erzähl doch mal... Ich will das jetzt wissen... Welche war das? Ähm... Okay... Hört mal weg... Ja genau... Hört mal bitte weg... Weil das könnte euch spoilern... Das ist ähm... Wenn Zettel oben durch... Das Gitter guckt... Und halt äh... Mit dem Schlegel... An dem Kuppa dranhängt... Halt versucht irgendwas... Äh... Zu erreichen... Der muss doch irgendwie äh... Äh... Mit dem Kuppa schlegeln... Äh... Irgendwo... Äh... Irgendwo ranlangen... Ich glaub den Einer oder so... Genau... Was ist von dir? Äh... Die Animation ist von mir... Schlecht... Ja... Sonst... Ähm... Genau... Äh... Ist halt auch noch bemerkenswert... Dass hier äh... Natürlich... Äh... Setwick das erste Mal ohne... Äh... Spot auskommen muss... Ähm... In diesem Part... Also dass es hier einen Part gibt... Also ich glaube gar nicht ganz von Anfang an... Also wenn ihr es jetzt zu früh angeklickt habt... Dann werdet ihr hier ebenfalls gespoilert... Na danke... Ähm... Ähm... Das erste Mal irgendwie... Spot auch richtig zu schätzen lernt... Das fand ich jetzt super... Nein... Nein... Der Arzt... Irre ich mich... Oder wirkt Spot ängstlicher als sonst... Nein... Ich komme nicht ran... Tja... Messer und Seilen... Nein... 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 Der Ars-G-Chef wird... Okay... Können wir also erstmal nichts machen... Befürchte ich... Müssen wir ihn rauslocken mit der Suppe... Alles klar... Müssen wir mal Suppe zubereiten... Für den Ars-G-Chef... Etwas aus der Luft... Etwas aus der Erde... Und etwas aus dem Wasser... Eine Fliege haben wir schon dabei... Das könnte... Wo war denn hier gleich die Küche... Ach hier war der Fressraum... Etwas aus der Luft... Haben wir schon... Darüben gab es noch die Pilze... Die Pilze können wir bestimmt mit dem Messer jetzt loswerden... Sehr schön... Wir brauchen jetzt nur noch etwas aus dem Wasser... Und was wir aus dem Wasser kriegen... Weiß ich schon... Da habe ich schon so eine Idee... Aber... Uff... Vielleicht abschießen... Irgendwie mit dem Fehl... Mit Fehl und Bogen... Aber... Okay... Sekunde... Ich mache erst mal... Ich mache erst mal hier an der Stelle... Und wer bist du? Krubber? Krubber? Du bist aber ein ulkiges Kerlchen... Krubber! Bei dem neben Krubber mache ich hier eine kurze Pause... Ich brauche mal dringend ein Käffchen... Ich mache mir mal ein kleines Käffchen... Sehen wir uns gleich... In 10 Minuten wieder... Dann fangen wir uns was aus dem Wasser... Und machen... Das Essen... Für den Arztgeschäft... Und befreien hoffentlich Spott dann... Gleich... Danach... Sehr bald... Bis gleich... Und wer bist du? Krubber? 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 Du bist aber ein ulkiges Kerlchen... Krubber? Krubber? Ach ja... Hab den ja schon lieb gewonnen... Den guten Krubber... So... Wir müssen den Frosch fangen... Mit der Minze... Können wir... Können wir... Können wir vielleicht irgendwie... Pfff... Ah... Wir haben hier noch eine Rippe... Vielleicht können wir die irgendwie einen Bogen... Das Tier wurde bereits erlegt... Wenn es denn überhaupt ein Tier war... Wir brauchen irgendwie noch was... Was war da... Können wir vielleicht irgendwas spitz schleifen... Sonst als... Ein paar Pilze schleifen... Die Münze zu einer Feilspitze... Feilspitze schleifen... Natürlich... Warum nicht? Mal gucken... Ob ich diesem kleinen Schmuckstück... Noch den letzten Schliffer passen kann... Ohne mir dabei die Fingerkuppen abzuhobeln... Oh je... Da hab ich wohl etwas übertrieben... Die Münze ist jetzt spitz wie ein Pfeil... Ach was... So und jetzt mit dem... Mit der Rippe... Mein Konstrukt kommt einem Pfeil schon sehr nahe... Irgendwie... Ja... Kann man sie durchgehen lassen... Feilen Bogen... Jetzt noch ein Seil... Damit wir den... Damit wir den... Damit wir den Frosch damit zurückbekommen... Jetzt holen wir den Frosch... Ich würde ja gern... Aber ich komme nicht dran... Mit Feil und Bogen kommst... Das ist... Okay... Ähm... Können wir hier vielleicht... Irgendwie hier... Hebel... Ich habe keinen Schuss... Sollte ihn nicht verschwenden... Du hast doch ein Seil... Äh... Ein Seil daran... Auf den Holzbalken schießen... Als ob... Okay... Jetzt haben wir einen Seil... Aber wir sollten noch... Wo wollen wir den Frosch fangen? Okay... Fangen wir ihn mit der Hand oder was? Hey... Hier geblieben... Das war zu erwarten... Mhm... Okay... Der verschwindet immer... Wenn wir... Vielleicht... Wenn wir hier... Eben die Fliege hinsetzen... Damit könnte ich den Frosch vielleicht ködern... Wahrscheinlicher ist aber... Dass sie einfach davon schwirrt... Und dann hatte ich mal eine Fliege... Okay... Ja... Die Fliege brauchen wir ja... Aus dem als... Die darf der ja nicht vergessen... Die brauchen wir als Zutat... Vielleicht ein krieberiges Brett... Die Falle ist gestellt... Und... Hops... Er klebt auf dem sprichwörtlichen Präsentierteller... Und... Fang... Juhu... Jetzt haben wir... Was aus der Luft... Was aus der Erde... Und... Was aus dem Wasser... Ich brauche noch... Ich brauche noch... Ein Messer haben wir ja da... Jetzt müssen wir uns noch die Hand abpacken... Und was von mir selbst... Und rein tun... Tarzan... So... Jetzt rüber... Mal schnell hier... Die Fliege hinein... Etwas aus der Luft... Etwas aus dem Wasser... Und etwas aus dem Boden... Etwas aus der Erde... Und... Und... Etwas von mir selbst... Äh... Bis Kapital... Willst du dir abschneiden... Ähm... Ich weiß echt nicht... Moment... Etwas aus dem Wasser... Etwas aus der Erde... Etwas aus der Luft... Und etwas von mir selbst... Hm... Nein... Das hier scheint mir nicht so recht... Zum Rezept zu gehören... Aber was nimmt... Was denn... Was von... Was gehört uns selbst hier... Ich muss nicht probieren... Ich koch... Ich muss nicht probieren... Ich koch... Ich koch... Ich koch... Kannst dich mit der Nadel... Selbst pieken... Hm... Ich koch... Okay... Ich koch... Ich dachte, anfassen. Die Askyl sind bis an die Zähne bewaffnet. Die Askyl rüsten oft. Geht nein. An der hat doch gar... Komisch. Ich hätte wetten können, dass die Askyl mit den Fingern essen. Hm. Aber was von mir selbst kann ich da... Kann man den Mitz austun oder uns gleich selbst Schiene hinschmeißen? Ich muss nicht probieren. Ich koche nach Rezept. Hm. Und was von mir selbst... Das Brot ist ja im Gefängnis. Den kann man nicht dort reinpacken. Es kocht ja gar nicht richtig. Das Feuer ist viel zu schwach. Hm. Und was von uns selbst können wir da hineinwerfen? Tja. Oder vielleicht einfach... Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Na wartet. Wenn ich bei diesem Radau den Essensgong überhöre, werden Köpfe rollen. Das Brot ist ja im Gefängnis von mir. Dass ich mit diesem Radau den Essensgong überhöre werde, weil ich mir nicht möchte. Fertig wäre hier. Ich bin ja im Gefängnis von mir. Und war einget. Ich bin ja im Gefängnis von mir. Aber ganz schhalte ich heute mit dem Bogen. Ich bin ja im Gefängnis von mir. Ich bin ja im Gefängnis von mir. Ich bin ja im Gefängnis von mir. Abonniert habe ich mich. Und am Freh du det. Und zwar während der Stein. können wir uns selbst haben, dass blöchst die Zeit. Und ich bin ja im Gefängnis von mir.